Die Bundesrepublik Deutschland erwägt die Wiedereinführung der Wehrpflicht für alle 18-Jährigen angesichts der Befürchtungen vor einem totalen Krieg der NATO mit Russland. Militärplaner diskutieren drei mögliche Pläne, von denen zwei eine einjährige obligatorische Militärdienstzeit für alle jungen Männer ab 18 Jahren beinhalten. Es wird angenommen, dass die Verantwortlichen in den letzten Stadien der Diskussionen mit dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius stehen, der nächsten Monat die Pläne veröffentlichen soll, so der Sunday Telegraph. Während eines Besuchs in Washington letzte Woche sagte Pistorius, er sei überzeugt, dass Deutschland eine Art von militärischer Rekrutierung benötige. Er bezeichnete auch die frühere Entscheidung des Landes, den obligatorischen Wehrdienst im Jahr 2011 auszusetzen, als Fehler. In einem von den Militärplanern in Berlin geprüften Vorschlag würden alle Männer und Frauen ab 18 Jahren dem Rekrutierungsdienst unterliegen. Die frühere Politik Deutschlands zur Wehrpflicht betraf nur Männer. Um Frauen einzubeziehen, wäre eine Änderung der Verfassung des Landes erforderlich, aber Ministeriumsquellen scheinen zu glauben, dass die Änderung von der Öffentlichkeit unterstützt würde. Ein anderer Vorschlag, den das Verteidigungsministerium als starkes Signal sowohl für Verbündete als auch für Gegner betrachtet, würde nur auf Männer über 18 Jahren angewendet, aber nicht alle würden rekrutiert werden. Junge Menschen müssten ein Online-Formular ausfüllen und könnten dann den Dienst wählen. Eine dritte Option, die erwogen wird, umgeht die Rekrutierung und konzentriert sich stattdessen auf die Optimierung des bestehenden Militärsystems durch proaktivere Rekrutierungskampagnen.